Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Bad Company 2. Heute spiele ich nicht mit Felix, sondern mit Schattengamer. Hallihallo. Hier im Spiel Tavos, genau, wer hat euch gerade Hallo gesagt. Ähm, ja, ich müssen mir jetzt nur schnell eine Waffe auswählen. Ich kann mich noch nicht entscheiden, was ich nehme. TKM, M249 oder T88? Sag was. Ich würde sagen, du musst das T88, das ist völlig cool. Probieren wir es aus. Ah, ich sehe gerade, du bist gestorben. TKM ist aber eigentlich auch relativ gut. Und die M249 fett sich auch. Das fängt hier gut an. Wir spawnen, währenddessen unsere Base feinigerweise eingeschossen wird. Im Panzer. Ah, am Gegner ausgeschaltet. Au, 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 lass mich hin. F***. Waa? Wo liegen denn hier die Leichen rum, Junge? Wie ich auch schon mal eigentlich in meinen der Flay-Part tragen wollte, den ich wirklich erschaffen. Irgendwann ich habe, wie der Chat irgendwie immer noch zu dreiflichen Dingen glückt. Entweder flamen, spacken oder rumheulen. Ich habe jetzt schon wieder drei Reanimationen hinter mir. Und einen Kill. Und einen Anschluss von einem Sniper. Ich glaube, ich habe hier den Suche-Server rausgesucht, oder? Ja. Vorsicht, Ironie. Also, ich mag den Server. Bis jetzt. Mich vermischt da nur ein bisschen das Verhalten der Verteidiger. Wobei, die das ja eigentlich richtig machen. Mir machen sie anscheinend falsch. Ja, und da wurde ich noch so gut wie im Sprung abgeschossen. Hast du den gerade gekillt? Welchen? Keine Ahnung. Hast du gerade einen gekillt in so einem Häuschen? Durch die Tür durch? Nein. Ah doch. Ich dachte schon, du bist einfach verschont. Autsch. Fairness. Da hinten stehen zwei Bradleys und beschießen uns. Oh, ich würde dich ja jetzt holen, aber das ist mir zu gefährlich, vor einem Bradleys rumzulatschen. Oh, ich war einfach wieder bei dir. Das ist nicht so wild. Was ist los? Schon wieder. Also, irgendwie ist die T-88 ist ja schon geil. Ja. Oh, ja. Die noch nie benutzt. Das ist mir auch gefallen, das ist auch nicht ziemlich gut. Wer schießt da? Ja, und ich habe das nächste Level erreicht. Ah, fuck. Ich glaube, die anderen haben auch gerafft, das ist die T-88 gar nicht so schlecht. Ja, ich habe die T-443. Meine Lieblingspistole. Ich muss mich gerade mal ein bisschen wieder einpendeln. Ich habe komischerweise die Pistole mit dem wenigsten Schaden am liebsten. Ja, und es steht auch bei mir jetzt Level 3, Private 3 erreicht. Und eine Nadel, eine Medical Ops-Nadel. Long Service Medical Ops. Base Wapers. Base Wapers. Waaah. Das ist mir gar nicht ab. Könntest du Base Wapers? Nee, wenn ich wüsste, wo der rumrennt. Mein Handgranate hat ja die nicht gepossen. Das war okay. Das ist mir die Linde-Handgranate über die Absperrung geworden. Sind die auch etwas Schlachtfels? Ich bin ja gar nicht. Irgendwann verschiebt mich auch nicht. Warum müssen sie immer auch nicht schießen? Nur weil ich der Typ mit dem Raketenwerfer. Oh fuck. Ich bin schon von der Seite abgeschossen. Ich kann jetzt nicht mehr wieder leben. Ziel des Glücks. Versteck dich da mal kurz. Los Leute. Das wäre ja irgendwie schlauer, wenn unser Panzer irgendwie vorrücken würde, oder? Ja, aber er tut's nicht. Wow. Da saß unten einer. Das ist einer im Haus drin. Bam, ich habe ihn. Da ist noch einer drin, glaube ich. Okay. Okay. Und versuchten doch reinzuschießen. Nicht so richtig gut zu funktionieren. Achtung. Da hinten dran steht einer. Ich bin doch vollgetroffen. Ach, der hat auch nur noch... Der hat auch nur... Egal. Mein Glück. Mein Glück. Ah, lebst du noch? Schaffst du's? Ja, schön. Jetzt reanimere mich. Wäre nett. Na, wo liegt dein Kit? Wo liegt dein Kit? Wo liegt dein Kit? Da, nämlich da eins. Ah, jetzt ein anderes. Na, danke schön. Ah, ich hab immer noch meins. Ja, hier lag noch zweites gedrungen. Ah, war nur gleich, warte. Ah, die Legamonie-Küste. Perfekt. Hier, hab wieder eine Granade. Da hinten auf dem Zug kommen welche. Fuck. Oh, ja, hier. Der mit seiner Abacan, der hat mich auch schon ein paar Mal. Ich und Nixen 8-Typ haben uns gleichzeitig auch schon... Da muss ich schauen, dass das ja nicht nur meine Nemesis wird. Ja, das war unschön. Oh. Hey, die sollen sich nicht hier oben verschanzen, Mann. Das verstehen sie nicht so ganz. Nee, nicht so ganz. Ich muss sie verstehen, das verstehen sie nicht. Sieht so hoch. Oder sie wollen's einfach nicht verstehen. Schon hier, das. Sie wollen nicht sterben. Oh, das ist ein Panzer. Und der Muku. Im Haus nicht mehr? Nee. So verschießt du schon wieder auf mich. Ja. Ich finde es zwar leider nicht lokalisierend. Schau mal vorsichtig vor. Gott sei Dank habe ich so ein gutes Auge. Ich bin gefunden. Ich kann mich gar nicht mehr vorzumachen. Ich habe Angst, dass ich gleich wieder eine Kuh im Kopf kriege. Der Medic ist direkt vor dir. Oh, wo sie da oben ist, da ja. Äh, so. Sehr schön. Da kommt gleich vielleicht noch einer. Da kommt gleich vielleicht noch einer. Ja, wir rennen jetzt dem Squatter hinterher. Ach, komm, wir nehmen hier die Fahne. Da sind wir noch drinnen. Ich gucke um, ob hier alles sauber ist. Ich höre Schüsse, von wo kommen die? Ich bin schon im Panzer, der ist mir noch unsympathischer. Das könnte unseres sein. Hoppen wir mal, dass es so sein wird. Also bei dir liegen viele Leichen oben, gell? Da ist einer. Ich habe ihn. Spring? Ja. Das ist ziemlich angekratzt. Solltest du dir vielleicht mal ein wenig? Ja, ich habe mir gar nichts hingeworfen. Könnte es sein, dass du und Felix und ich in diesem Lettersplay immer relativ wenig reden? Also ich finde wir reden relativ viel, gerade. Nein, ich meine relativ wenig über andere Themen als Bekampter. Ja. Aber eigentlich sollten wir auch nicht so viel über andere Themen reden als Bekampter. Es reicht schon, wenn ich auf dem RCT2German Channel über anderes Zeugs rede mit dir an. Ja, das fand ich schon richtig, ja. Da, 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 da. Wie bist du eigentlich auf deinem Zeugonym gekommen? Wie bist du eigentlich auf deinem Zeugonym gekommen? Welches Zeugonym? Der Neue ist hier in den Vortragkinder. Ist ja nicht schwer. Gut, es war eigentlich hauptsächlich, weil Jan und ich uns vorher, also MCI und ich uns vorher immer über meinen Wohnorten zu mehr oder weniger lustig gemacht haben. Weil ich ja so am Arsch der Welt wohne, dann schlecht in den Verbindungen und so alles im Schwarzwald. Also was heißt im Schwarzwald, ist voll allgemeinert eigentlich, so schlimm ist es gar nicht überall, aber bei uns halt ein bisschen blöd. Ich wollte mich eigentlich der Schattenspieler nennen, aber den gab's schon. Also so hab ich's abgewandelt in der Schatten-Gamer. So ein Schattenspiel und... Geh du mal woanders hin, ich trau dem Platz hier nicht. Ich auch nicht. Vielleicht fliegt mir eine Granate raus und wir sind beide tot. Ja, vor allem, weil ich weiß, dass da oben gerade eben nur ein Sniper war. Achtung, da draußen am Rand, da ist ein Sniper, Achtung, Sniper. Ich geh mal von außen hoch. Ah, hab ihn, Double Kill. Ist tot. Ich lebe dich mal wieder mit deinem Crit. Ja. Ist zwar jetzt mein Crit, aber... Ja, macht nix. Können wir tauschen. Können wir gerade raus zu dem Sniper und tauschen. Wenn wir die Flagge haben. Da hinten kommt ein Gegner. Ich will noch mal leben. Ja. Können wir die Flagge uns? Sehr schön. Ich hab schon, ja. Ich muss mal Kit tauschen gehen, oder? Du hast keine Muni mehr, scheiße. Wow, 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 wow. Er hat geschossen. Wow. 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 Fuck. Ja, was willst du machen? Warum spielst du nicht Pionier auf so einer Map? Oh, komm, wir fahren Amok. Danke trotzdem. Das war ein bisschen kurzsichtig. Ich muss mal wieder was mit meiner KD machen. Aber ich nehme jetzt doch mal lieber Stumsel da. Ich muss mal wieder was mit meiner Bühne zu spielen. Mann. Kann ich zumindest den Muni-Inioten spielen. Oh, komm, wir fahren Amok. Ja, genau. Wo, wo, Quads sind immer noch geil. Nee, nee, nee. Ich glaub, es gibt einen Related 3. Wenn es ihn nicht gibt, dann ist es rechtlich zum Lust. Ja, es ist... Oder? Das war dein Thema. Ja, Mann. Schau. Och, komm, nee, jetzt. Wo? Jetzt wurde ich... Oh, nee. Alter, fick dich, so ein Scheiß-Sniper. Ach, ja, weiß. Mann. Hat er dich ja auch. Ja, ich hätte mal weitergehen sollen. Ich bin auch stehengegeben, hab auf ihn geschossen. Das war auch nicht so schlau. Wenn ich wüsste, wo er hockt, ich weiß es aber nicht. Weiß wo hockt. Der hockt, der hockt, der hockt. Der hat im Gebäude. Oh, ich komm mit. Ich bin im Gebäude. Ich hätte ihn jetzt mit dem Panzer rausgeholt. Ah, ich hab ihn. Komm mal mit. Hab ihn. Yeah, der Sniper ist tot. Bleiben wir im Panzer? Den müssen wir ein paar Mal machen. Boah, ja, von mir aus. Zack. Verbessern wir unsere Kölner ein bisschen. Obwohl die ja im Moment gar nicht schlecht sind, in diesen Sporgen. Da hinten schießt die irgendwas in der Gegend drum. Guck mal, das da vorne stinkt nach Panzer. Sicher uns mal unseren Rücken, nicht, dass uns vielleicht irgendwer, dass wir führen, die rutschprengt. Warum stirbt das Ding nicht? Hilfe bei Squadkill, wenn hast du gekillt. Den Sniper da. Und hinter uns war ein Pionier. Okay. Bleibst du im Panzer hocken? Dann steig ich aus und hol die Flagge. Oh, fuck. Ich hab kein passendes Pack. Ich hab kein Pionier. Ich hab kein Pionier. Ich hab kein Pionier. Aber naja, der Panzer ist noch fahrtüchtig. Er ist noch fahrt durch dich. Noch. Ich hoffe, das bleibt doch so. Fuck, mich hat er scheiße. Ich komm mal rein. Soll ich als Pionier kommen? Oh, nein, ich hab... Scheiße, was? Aber einer hockt mal im Lagerhaus, einer von uns. Für dich kriegt er es nur einknommen. Ich glaube, der Typ hockt da aber nicht mehr lange drin. Warum spawnt eigentlich niemand in unserem Squad? Ach, unser Squad ist zu. Schlau. Hättest du das auch? Sicher? Ja. Gut, ich hab's gemacht. Okay, warte. Hat keinen Sinn zu warten, bis der Bär hat. Juhu! Squad-Bahn! Aua! Panzer!